Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen! In Altenkirchen in Rheinland-Pfalz wurde durch das Landesuntersuchungsamt Staupe bei einem Fuchs nachgewiesen. Bei Hunden äußert sich Staupe mit starkem Fieber, Magendarmbeschwerden sowie Atembeschwerden. Da das Virus für Hunde tödlich sein kann, ist bei Jagdhunden eine vorbeugende Impfung unabdingbar. Zuletzt wurde Staupe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2020 nachgewiesen. Beim Umgang mit dem Wolf in Mecklenburg-Vorpommern haben sich die Interessensgruppen auf einen neuen Managementplan geeinigt. Ministeriumsangaben zufolge habe zwischen den beteiligten Parteien zum größten Teil Einigkeit erzielt werden können. Abweichende Positionen wie das künftig einzelfallunabhängige Regulieren des Wolfsbestandes seien kenntlich gemacht worden. Ein aktives Bestandsmanagement, wie es von vielen gefordert werde, sei derzeit aber aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Dafür müsse aus Brüssel erst der günstige Erhaltungszustand festgestellt worden sein. Und noch eine Meldung aus Mecklenburg-Vorpommern. Für einen besseren Schutz vor der ASP soll entlang der Außengrenze zu Polen ein weiterer Zaun errichtet werden. 5,8 Millionen Euro wurden dafür bewilligt, wie das Schweriner Landwirtschaftsministerium mitteilt. Es ist geplant, den Zaun parallel zum ersten ASP-Schutzzaun auf rund 100 Kilometern Länge entlang der deutsch-polnischen Grenze aufzustellen. Dadurch soll ein Schutzkorridor entstehen, in dem die Wildschweindichte maximal verringert werden soll, so Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus. Glück im Unglück hatte ein Autofahrer im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen. Ein ausgewachsener Hirsch kreuzte die Bundesstraße 70 gegen 21 Uhr, landete auf der Motorhaube und krachte mit dem Geweih in die Windschutzscheibe eines VW EOS, berichtet die Polizei vom Wildunfall. Der 55-jährige Fahrzeugfahrer verletzte sich bei der Kollision glücklicherweise nur leicht, während der Hirsch im Straßengraben verendete. Der Bundesjägertag 2021 hat coronabedingt online stattgefunden, ebenso die Delegiertenversammlung. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Neuwahl des DJV-Schatzmeisters. Als einziger Kandidat ist DJV-Vizepräsident Dr. Dirk Henner-Wellershof angetreten, der das Amt seit 2020 kommissarisch bekleidet. Die Delegierten wählten Wellershof mit großer Mehrheit. Die freigewordene Position des vierten DJV-Vizepräsidenten wird bis Ende der Wahlperiode nicht neu besetzt. Der bisherige Schatzmeister Kurt Alexander Michael schied aus gesundheitlichen Gründen Ende 2020 aus. Der kommende Bundesjägertag wird am 23. und 24. Juni 2023 in Wernigrode, Sachsen-Anhalt stattfinden. Und das waren die News dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil!